Im Bereich sichern. Heia, Junge. Heia, machen wir schon oder was? Mal gucken. Machen wir 4-0. Manchmal nach einer Pause drückt man manchmal wie so ein junger König. Ich nehm mal Sledgey. Genau, und dann lass man auch mal mit richtigen Charakteren spielen. Also hier mit Sermite und immer und so. Und ich so. Ich möchte auch durchziehen dann. Und durchziehen bis man geht nicht mehr. Ist gleich. 4-0. Klatsche. Verloren. Und dann hat mich beendert. Ich durfte heute erstmal fett ohne Navi fahren. Und? Und hast du es gefunden? Ja, ganz easy. Aber ich setz mich ins Auto rein. GPS aus. Was? Direkt sowas als dass ich mir Schilder lesen. Wollen die mich verarschen? Back to the Roots. Da kann doch nicht mal dritt stehen. Mein Bruder hat gemeint zurück. Garage. 2 Uhr her satt. Weil wenn da steht 6 Stunden. Dann hast du ein Problem. Dann bist du in Italien. Stimmt, Freund. 1 Läufer geht nach oben. Ein Läufer geht nach oben. Ja, Läufer ist oben und 4 sind unten bis jetzt. Da sind alle in das Boot hocken. Na, na, na. Oh, oh, oh. Shadow macht einen Mega-Rung-Ratter durch. Hat sich oben versteckt und dann haut der ab. Du bist ja eine Ratte. Nein. Shadow, du hast das oben lebt. What the fuck? Oh Gott, oh Gott. Erste Kamera weg schon. Hier sehen sie nichts. Meine steht auch noch unten, ne? Lass mal links bitte zur Garage wechseln. Gucken, ob man da aufmachen kann. Einer schaut mit Puls durch die Wall. Lass lieber aimen, oder? Finde ich irgendwie besser. Also, ich lauf zur Garage. Ich auch. Und wenn ihr hinten rumkommt, macht mal bitte die Kamera weg, die auf eurer Seite da hinten ist. Auf der Seite hier. Da ist eine hinterm Baum. Die sehe ich aber nicht von hier. Schild direkt hier vorne aufgebaut. Ah, da. Sie guckt draußen. Er ist weg. Aber die wissen, was wir wollen. Meine Drohne steht noch drin, ne? Schaut mal an meine Drohne. Äh, 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 äh. Ich guck gerade. Ah, oh, lol. Drei direkt drinnen, zwei beim Boot, einer beim Auto, wenn wir aufmachen. Boah, vier. Vier hier vorne beim Boot, Alter. Ich mach auf, ne? Hier vorne direkt. Der ist direkt hier vorne. Und dann aiming. Die sind da ziemlich viele, ne? Die gucken direkt. Links in der Ecke, rechts in der Ecke. Geradeaus. Hat Hits. Vorsicht. Einer schießt. Einer schießt gerade durch. Hat sich Headshot gegeben. Einer liegt. Einer liegt. Noch zwei gerade im Gang. Oben, oben, oben. Oben, Jungs, oben. Der ist gefährlich. Alles klar, alles klar. Äh. Hinten durch. Ah, der hat durch, der hat durch aus der Garage rausgeguckt. Äh. Das war der Läufer. Schön. Oben noch der Läufer. Ah, der ist weg erstmal. Ich markiere. Ich markiere. Ach ne. Fitnessraum. Kamera ist ja immer noch nicht weg dahin. Hä? Habe ich sie nicht getroffen? Doch eigentlich. Einer hier. Ah. Einer hier links an der Tür. Einer drinnen. Einer drinnen. Einer drinnen. An der Tür und einer drinnen. Komm mit rein. Schön. Kommt. Er zieht. Nisek. Wunderschöne Pistol-Kills, Alter. Richtig durchgezogen. The mountain is back. Boom. Weg mit ihm. Boom, boom, boom. Weg mit ihm. Ach ja. Das war doch mal ne schöne Runde. Genau das wollen wir sehen. Na, lass uns nicht mehr unten bitte. Lass mal Hauptschaftszimmer nehmen und mit Castle dicht machen. Das Hauptding. Und Kinderzimmer. Haben die da schon mal die ganze Fläche, wo die lange brauchen? Dann brauchen wir nen Castle. Nein. Wieso spielst du denn jetzt nicht Castle, Shadow? Jetzt spielst du auch mal Castle. Ja, Shadow hat wieder kein Headset an. Ach, war echt nicht an. Scheiße. Legt mal hier alles mit Stacheldraht voll hier oben. Jo, Stacheldraht. Und nächstes Mal bitte Castle nehmen. Nimm mal lieber Castle als Defense. Finde ich interessanter als Stopper. Ja, mach ich. Kommt schon ne Drohne? Jo. Das Ding ist, dann hätten wir nämlich das zu machen können. Das hinter und... Warte, lass mich da rein, lass mich da rein. Okay, jetzt. Ich geh auch Schrank dann. Ich mach zu und geh auf jeden Fall Schrank. Äh, drei Drohnen. Was? Und hier mach ich dicht. Ich bin nicht nach angeschossen. Ich bin nicht nach angeschossen. Ah, hier durch. Doch. Ich glaub ich. Hier mach ich auf jeden Fall dicht, damit die länger brauchen. Warte, warte, ja. Warte, die andere Tür auch noch. Ich mach hier auch noch. Kann ich die noch setzen? Bitte schön. Dann geh ich in die Ecke. Drei Besten noch da. Kinderzimmer. Kinderzimmer zwei. Ja. Alle. Wie gesagt, nächstes Mal nochmal nehmen und... Ja, und Castle. Oh, gut. Gute Anti. Was? Jo. Die Treffen noch. Keine ist da in den Raum rein. Bum. Nice. Egal, nix mal Castle. Dann ist besser. Hits. Schönen Säck. Ich glaub Kinderzimmer ist. Guck noch einer. Oh, Junge. Er kriegt Kuchen. Schön, Jungs. Komm mir einer weg. Schild auf jeden Fall. Carsten hier oben. Noch einer. Noch einer da. Carsten Montaigne meinst du? Ne, nicht Carsten Montaigne. Händersimmer. Montaigne guckt. Da hat was geguckt. Das ist immer noch ein Schild. Ne, ist das Blitz. Ich schieß ihn ganz da drauf. Komm, Ziel doch mal, Junge. Markiert, markiert. Larry, hör mal kurz raus. Okay. Alles klar, bin drüben. Einer ganz oben auf dem Dach. Einer ganz oben auf dem Dach. Einer ganz oben auf dem Dach. Guck mal, ob ich ihn in die andere Richtung krieg. Ja, ich hab ihn. Er ist andere Seite. Geht da runter. Schild immer noch am Fenster. Durch Cross-Vendern. Der guckt zu dir, Gianni. Der zählt in deine Richtung. Fuck, fuck, fuck. Ich hab' ihm 100.000 einen Hits gegeben. Schön, Manu. Kannst mich wieder bei dem? Ich bin direkt unter dir. Jaja, ich versuch's. Pass auf, Gianni. Mach' nicht, mach' nicht offensichtlich. Ja, Blitz hat Hits. Der Kinderzimmer war noch einer. Ja, ja. Ich weiß nicht, wo der hin liegt. Der liegt, der liegt direkt da hinten. Oh, ist schön. Ja, nur noch ein Blitz vor uns. Ist der draußen oder bei euch schon drin? Nee, nee, draußen. Das weiß ich nicht. Der steht direkt da hinten. Ja, der steht direkt hier in der Ecke. Du kannst ihn reinkommen lassen. Haben wir den Cross, ne? Kannst du uns auch im Kinderzimmer gehen. Lenk den mal bitte kurz ab. Schild's mal irgendwie. Kannst du mal im Kinderzimmer gucken? Naja, er bewegt sich zumindest. Jetzt geht der woanders hin. Der ist Kinderzimmer drin, der ist Kinderzimmer drin. Oh, Leute. Er ist reingegangen. Oh, ich dachte ich... Ja, lass ihn wieder raus. Der kommt in Treppe. Der kommt in Treppe. Oh, nee, nee, der ist. Der ist runtergejumpt, glaub' ich wieder, oder? Ja, das hat sich komisch angehört, Mann. Ach, mir geht's auch gut. Ja. Ich glaub' der ist runter, weil er mich holen wollte. Ja, der ist unten. Nein, nicht hier fest. Ich seh' nur unten einen Namen rum. Rüscher? Läuft der den nachher? Ich glaube, ja. Nee, der kommt hier, oder? Der ist ja ne Küche. Kommt der niemals durch. Nein, Johnny, jagt ihn nicht. Hier oben kommt der niemals durch. Geht's? Der ist immer noch genug. Ja, scheiß drauf. Da musst du ja nicht unbedingt pushen. Defense lernen in der MLG ist extrem wichtig dann auch. Und so können wir nicht crossen. So gucken wir auf eine Position. Ist ja auch nicht so klug. Sonst geh' recht an die Tür. Peri. Wird nicht unbedingt noch mehr rumlaufen. Oh, er kommt so. Er ist immer noch. Treppe. Er zielt. Er hat noch mal Hits. Er hat noch mal Hits. Mach einen Nahkampf und töte ihn. Ist hier einfacher. Ach, er ist weg. Der ist wieder runter. Kommt. Noch mal Hits. Rennt. Der ist schon oben, Johnny, ne? Der ist rechts neben dir. Es hat sich bei mir angehört, als ob der hier ist. Wie gesagt, das einzige, was die auf jeden Fall fixen müssen, Sounds. Bei mir sind teilweise Sounds, die können nicht da sein. Die sind immer gegenüber manchmal von dem, wo was ist. Das ist total unlogisch. Also ich verstehe ein Haus, ja? Wenn da Sounds sind, die werden dann gedämpft und hören sich ein bisschen anders an. Aber es kann nicht sein, dass das links von mir auf einmal ist und wo die rechts kämpfen. Das ist echt unwahrscheinlich. Hallöchen Egoschein. Du wärst am Start und zockst alleine. Voll hässlich. Ja, alleine ist immer scheiße. Aber wir sind heute sogar Team, weil wir heute ein bisschen Serious mal wieder spielen. Weil wir die haben in den letzten Wochen gar nicht mehr trainiert. Und deswegen spielen wir mal wieder richtig. Deswegen wird es heute keine Viewer Games geben. Es gab, glaube ich, jetzt zwei Wochen Viewer Games oder so. Jetzt bieten wir mal wieder harten, schönen, geilen, competitive Shit an. Harten Shit? Harten. So deep. Deep. Ich bleibe oben mit der Kamera wegen Läufer. Verarscht. Oh nein. Haben die echt wieder Garage gemacht? Ja, dann lasse ich meine Kamera. Nimm mich oben im Badezimmer. Falls da einer wieder kommen möchte. Jo, tut mir leid, Ego. Aber heute ist Team Play. Wir gehen mal reingucken. Ah, warte mal. Ich muss auf unseren Stream. Oh, mein ist kaputt. Mein ist kaputt. Einer ist im Badezimmer. Einläufer ist oben. Ja, so kann man sie natürlich auch platzieren. Da ist nämlich dann definitiv jetzt einer. Aufpassen dann. Definitiv hoch gucken. Wer weiß. Vielleicht kommt er sogar direkt übers... Die Nudeln, Alter. Die bin echt kaputt gemacht, ne? Schweinebacke. Vorsicht, ich schieß mal einen in die Seite auf. Ich rufe das direkt dahinter. Mhm. Mhm. Okay, Ego. Okay, Ego. Der kam irgendwo von... Hat das ein Schild gestanden? Eine ist immer noch Bart. Eine ist noch Bart. Ah, okay, okay. Was? Ich werde von irgendwas gehittet. Ja. Ach Gott. Hä? Ich bin mir nicht sicher von wo ich... Ich weiß nicht, von wo Veri angeschossen wurde. Ja, Mann, ne? Das... Verstand ich aber... Doch! Ich weiß wo. Trainingsraum. Da hat einer ein Loch gemacht oder so und hat geschossen. 100%ig. Anders geht's nicht. Nein, ich bin im Trainingsraum. Ganz hinten durch sind zwei. 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 da kommt die schüssel wieder ich weiß wo ganz hinten durch ist es war direkt am eingang also nicht vorne an der hache sondern ganz ganz hinten durch hat eingang genau so genommen das wird nicht so leicht vor allen dingen hier ist eine position schön schön oben ist noch ein läufer shadow der könnte irgendwann hinterher das war der das war so kann dann sind denn die leute versteht ein schild gleich links ich will das weg haben ich glaube der eben der in links dann über durch ja da durch die türe durch jetzt mal zwei waren an der tür nach rechts vielleicht über rüber da kannst du meinen dicken headshot bekommen schön schädel aber auch wenn wir so langsam gucken da ist noch ein schild hat noch ein schild vor dir noch ein schild in dem raum die ziehen sich auch mehr zu dir so wie es aussieht ist sie von einer wenn ich dann gehe ich mich schon mal okay keiner drinne bei mir einer drinne liegt down ach steht jetzt bei mir noch der ist in kraftform da kapkan hatte ich geschafft ja so weit hast du genau richtig gemacht sehr schön ach so und wichtig was du lernen muss die leute die spielen haben das in der hand wenn die das verlieren verlieren das gewinni das gewinni das jeder spielt nämlich anders am ende das ist reines improvement was man dann macht da gibt es kein das ist richtig oder falsch oder so oder mach lieber das oder probier das manchmal lasse ich auch kameras warum ich bin zwar ein calling aber es kann auch nerven das corning die ganze zeit jetzt kasse ich bin heute echt gut drauf ich bin heute echt gut drauf ich bin heute echt gut drauf mir geht's gut wo warst du denn gerade das habe ich mich auch gefragt lasst hier oben wieder stacheldraht komplett das ist der stacheldraht weg dann kommen sie hier schon mal fast nicht ich gehe sogar bis in ein badezimmer rein ja ein bisschen verteilt und dann kommen sie hier schon mal nicht mehr durch was habe ich nicht bekommen okay manchmal ist das echt und dann kriegst du dir auch mal mit so einem billigschotten ich mache badezimmer eingänge das ist gut und wenn du kinderzimmer machen kannst und kinderzimmer und kinderzimmer wäre nicht schlecht wenn du da die irgendwie zwei fenster vom kinderzimmer weg machen würdest weil dann wäre die möglichkeit noch gut dass die in den seitenraum habe ich dicht gemacht gut lass mal kurz hier der buddy macht den rauchüberfall was er die easy gemeiße hat einer erdlinger haupteingang haupteingang über die treppe bei mir ja ich mag hier hängt draußen aber hängt draußen und guckt rein jetzt läuft die treppe hinten hoch ja der kommt die treppe was das habe ich mir auch gedacht also ich bin ich bin badezimmer wäre naja ich bin fester der ist wieder runter der andere ist auf dem ähm baumhaus dahinten nochmal markieren falls die drinnen sind oder so dann in der beim baumhaus ist er runter was nennt nate hä wie haben die denn den boden aufgemacht da ist jemand bei dir und steps bei mir pass auf jetzt wissen die dass du im badezimmer bist und fuse ist immer noch da bestimmt das blitz blitz kommt ins kinderzimmer aber bei dir findet der tür 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 hängt über kopf irgendwo die kommen langsam von den treppen ja mit schild bestimmt gleich schön schön okay ist jetzt wieder ganz woanders da vorne und am kinderzimmer kommt da noch ein glaubt weil die wollen wir sprechen kinderzimmer zwei haupteingang einer flash badezimmer noch was ist aber weg ich hab was kaputt gemacht jetzt geht wird dran gemacht hier die wollen bei mir breachen breachen bei mir gucken ob ich direkt ankommen eben p alle badezimmer ist auch schon richtig laut da schießt schon einer bis zum bekloppt ist er schon drinnen hier einer badezimmer und einer drinnen kommt jetzt drinnen down badezimmer badezimmer und noch einer rein noch einer bei mir drin hat mich da war das schädel Messer Lol, hättest du ihn abrasieren können, ne? Scheiße Close, close Hallöchen, classic Hi Aua Boah, darauf muss er erstmal was essen, Alter Ne, das geht nicht, Alter Kann ich überhaupt rein? Ja Achso, und ich hätte noch einen Abnehmer für das Stofftier Werni Werni Ja Geil Werni geil Das ist richtig gut Hätte ich mir denken können Ah Wollen wir ja nicht mal mal callen, da weiß man ja eh schon wo sie ist Ja Also wieder aufpassen, ne? Läufer, alles dabei Wirst du bescheid, Freunde Und, classic, alles cool bei dir? Oh Oh, Läufer, Haupthalle Hm Hat mich aber nicht kaputt gemacht Der ist aber auch noch unten Ach, der hat oben drüber, äh, dicht gemacht Im Billardraum Ist die schon weg, die Kamera? Okay Zwei unten Zwei unten Wieder Tür Ich geh nochmal an die Kamera Ich bin mich oben unterwegs Hm Diesmal sehe ich keiner im Badezimmer Ähm, braucht der Statcher an der Garage? Ja, Strom Ja, ja, ja Dann komm ich Ich guck wieder oben rein Meine Kamera ist noch da, Badezimmer ist noch cool Hm, ich hab aber was unten Oh nein Das war zu feurig Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt werden die sich auf uns konzentrieren bestimmt Hier, der macht nochmal Strom dran, der macht nochmal Strom dann, da ist nochmal Strom dran Okay Na, mehr kann er dann da vorne hin, ne? Ich mein, bis jetzt keiner da oben Ich mach auf Trainingsraum einer 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 bei den Treppen Einer Billard Zwei bei den Treppen Zwei bei den Treppen Billard? Ja, der ist mal jetzt grad weg gegangen Ich glaub der ist Trainingsraum runter Wieder, wieder Gang hinten durch Ja, das sind zwei sogar Ne, der ist nicht Billard mehr Okay Der ist hier direkt über uns an der Seite Zwei sind durch, die kann man gut holen, indem man unten von den Treppen guckt Mal gucken, ob ich den da weg schie... Oder du machst die rechte Seite auch Ja, die linke Seite wär besser, wenn die auf wäre Hast du noch... Ne, mach mal links... noch weiter links auf, dann kann ich durchschießen Wäre auf jeden Fall von Vorteil Aber wir könnten rein, ne? Ja, aber dann kann ich damit hier quer schießen und halten Dann kann ich die ganze Zeit von hier decken Wenn wir die ganze linke Seite aufmachen, hast dann mal Vorteile Ob du rüberkommst, ist die andere Sache Haaaa Wuuu Ich mein, ich kann zwar auch hier fett in die Fresse kriegen und gucken Hi Orange Oh, pass auf, recht, recht Oh, mach... Ja, gut, dass du noch gedrückt hast Gut, dass du noch gedrückt hast Ist keiner mehr drin, ne? Einer guckt durch Einer guckt durch, hat Headshot Ich liebe die Pose Einer unterm Auto Unterm Auto Noch einer, noch einer Dog Dog ist noch im linken Raum hinten durch Da ist einer unterm Auto Hat mich angeht, er da auf 8 Ne, der hat auch drüber geguckt Und einer ist bei den Treppen, ja Ja, da ist immer noch einer Hinterm Schild jetzt Aber der, der, der legt sich mal hin Schön Treppe weg Die anderen beiden bin ich mir nicht sicher Einer im Raum Die kommen gleich vor, bei ein paar Sekunden komme ich vor Ich hab noch Nates Wo ist denn da was? Hinterm Auto war einer Ja, einer hinterm Auto Hab ich kurz gesehen beim rumgucken Kannst du mal ein bisschen Stress machen? Der ist aber weggegangen, ne, da ist immer noch einer, oder? Ja, der guckt Zwei, zwei, links ist noch im kleinen Raum, Jungs Unten bei der Treppe der Raum Da ist doch noch einer 30 Äh, hinter dir Puls Hat hits, hat hits Ich bin da und der Puls hat mich geholt Shit Hinter mir weg Ich bin drin, ne Letzter ist drin Ich bin drin, also die Zeit können wir ruhig spielen Wo ist der? Oh, weiß ich nicht Am Auto, rechts von dir Ja, das ist der, der unterm Auto lag Dürfen Ja, die Nates sind einfach geil Ich liebe Nates Alter Ich liebe Nates Mal gucken ob er lag oder so Ach ne, man sieht ja jetzt nicht so den Wurf, scheiße. Egal. Late to the win. 4-0 war doch eine falsche Ansage von mir.